Mit zunehmender Bedeutung des Lebensraums Büro als Produktivitätsfaktor in unserer Wissensgesellschaft steigen auch die Anforderungen an die Ausstattung. Auf der Orgatec in Köln präsentierte Waldmann innovative Lichtlösungen für moderne Büroräume. Licht ist ein entscheidender Faktor für den Energieverbrauch und das Wohlbefinden. Waldmann vereint beide Anforderungen in modernen LED-Lösungen für den Büroarbeitsplatz. Licht von Waldmann, das bedeutet hochwertige Materialien und wegweisende Lichttechnik bei höchster Energieeffizienz. Auf der Orgatec 2012 standen die flexiblen LED-Stehleuchten Ataro und Tycoon im Mittelpunkt. Die qualitativen Eckpunkte zukunftsorientierter Lichtkonzepte lauten Energieeinsparung, Wirtschaftlichkeit, Gesundheitsaspekte und Produktivität. Um diesen Anforderungen möglichst individuell gerecht zu werden, bietet Waldmann vielfältige Beleuchtungslösungen für Arbeitsplätze in Büro und Verwaltung.